. Also für unseren Trainingszustand war das absolut okay heute. Wir haben viele Läufe gemacht die Woche. Wir haben unheimlich viel im Ausdauerbereich gearbeitet, im Kraftbereich. Und dafür waren die Jungs eigentlich sehr spritzig. Warte, warte! 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 ...warte! Jawohl! Vielen Dank. Ja, ich denke mal so die Amateurmannschaft. Wir haben den FC und ich glaube dann am Ende nochmal die Bayer Leverkusen 2. Das sind immer so Messlatten, an denen man sich auf jeden Fall messen kann und nachher ja auch muss, weil dann geht ja auch kurz danach die Saison los. Und dann müssen wir topfit sein. Ich denke, das sind wir dann auch. Ja, viele kennen sich ja noch untereinander von früheren Stationen, ob Jugend, ob andere Mannschaften vorher. Und da sind eigentlich, ich kenne auch relativ viele, bestimmt zehn Leute, die ich schon kannte und der Rest fügt sich einfach so ein oder andersrum. Ich füge mich beim Rest ein, die mich noch nicht kennen. Aber das ist so, was ich bis jetzt gesehen habe, eine sehr gute Truppe. Auch menschlich, nicht nur vom Fußball sowieso, aber menschlicher. Oh, bloß! 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 Oh, bloß!